Psch, ja Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem wunderbaren Video, mit dabei ist der liebe Tobi. Was geht? Leute, wir haben bei dem lieben Nick E30, den sicherlich einige von euch kennen, ein wunderbares Video gesehen. Und ich dachte mir, ey, das müssen wir euch auch mal ausprobieren, Leute. Eine Runde Schiffen versenken, bevor jetzt wieder jemand schreibt, ey, geklaut! Leute, geklaut, kopiert, aber zitiert. Ja, wir haben gesagt, dass er die Grundidee davon hat, wir machen es einfach nur nach und wollen es einfach mal ausprobieren. Und ich würde sagen, auf geht's, denn wir spielen heute eine Runde Schiffen versenken, auf eine ganz besondere Art und Weise, meine Freunde. Wir brauchen eine Menge Granaten, die sollten wir auf jeden Fall, glaube ich, relativ easy finden. Und dann schauen wir einfach mal in Tilted, ob wir da auch alle Rohstoffe herbekommen. Ich denke mal, Tobi, da sollte genügend vorhanden sein, oder mein Freund? Ja, Mann! Ähm, okay, alles klar, ich mach mir mal wieder Sorgen um deinen Geisteszustand, das passt aber soweit. Juni, egal was ich sage, du beschwerst dich immer über mich. Nee, ich beschwere mich nicht über dich, ich sorge mich um dich. Das ist ein Unterschied von mindestens 30 emotionalen Stufen. Soll ich sagen, was dir gerade wieder passiert ist? Was? Willst du das Bild einblenden, was du mir geschickt hast, oder? Leute, ich war eben in der Kletterhalle, meine Blutblase ist aufgeplatzt, mein Finger blutet schon wieder, alles geil auf jeden Fall. Macht richtig Spaß momentan wieder zu leben. So, an der Stelle danke dafür an Tobi. Ich würde sagen, Leute, wir bauen erstmal das Grundgerüst dieses wunderbaren Dings. Wir brauchen erstmal eine Menge, Menge Stahl. Und eine Menge Fantas... Ach, den hab ich schon mal gesagt, egal, mach halt. So, lass gut sein, Tobi. Wir brauchen echt eine Menge Stahl, oder? Ich glaube, Stahl ist erstmal das Wichtigste, was wir eigentlich brauchen, oder? Sollen wir die Grundfläche aus Stahl bauen? Frag doch den Karsten einfach, oder? Tobi, Karsten ist gerade nicht hier. Sollen wir einfach die Grundfläche aus Stahl bauen, Tobi, oder nicht? Ja, wir brauchen auf jeden Fall eine Menge Stützen. Wir explodieren ja Sachen, weißt? Ja, dann bauen wir Stützen, mein Freund. Du machst. Ne, ich baue hier oben. Acht erstmal in jede Richtung. Tobi, willst du vielleicht helfen, statt Golf zu spielen? Was? Achim? Acht in jede Richtung? Achim. Achim in jede Richtung, genau. Kennst du den Film... Ich hab schon sechs... Den Grinch, ja. Der Grinch, der Grinch. Ich schwöre, der Grinch ist eines der gruseligsten Sachen, die ich je gesehen habe. Warum? Auch wenn er nicht so gruselig ist. Ich weiß es nicht, der ist irgendwie so komisch. Der Grinch ist komisch. Würdest du sagen, der Grinch ist keine sympathische Gestalt? Mann, nein! Warum das denn nicht? Was haben wir gestern gemacht, gestern im Club? Digga, ich weiß nicht, wo du feiern gehst. Aber gestern war Dienstag. Gestern war Mittwoch erstmal an der Stelle und ich weiß ja nicht, in welchem Club du feiern gehst, wo der Grinch sich aufhält. Gestern war tatsächlich Mittwoch. Ja, das kommt davon, wenn man zu viel Alkohol trinkt und mit dem Grinch rumhängt. Ich hab's nicht gesoffen. Wie viel hast du getrunken? Ich hab seit zwei Monaten nichts mehr getrunken. Das stimmt nicht. Du schickst mir das mal wieder aus dem Club, wo du irgendwelche nackten Frauen vollliegen hast. Okay, ja doch. Jetzt haben die ein cooles Bild von mir. Ne, hab die nicht. Das ist nicht cool. Weißt du, was erstrebenswert ist? Einen guten Bachelor zu haben. Das ist erstrebenswert. Hast du einen guten Bachelor? Ne. Ja, ne. Oder eine gute abgeschlossene Ausbildung. Das ist cool. Ich hab eine gute Abbildung mit 1,8er Schnitt. Ja, toll. Ja, guck mal jetzt wieder. Ach, du kannst mich mal. Ich spiel's alleine. Spiel's alleine. Kennst du's noch? Man kann sich mal einschalten. Kennst du's noch? Kennst du's noch? Hallo? Kennen Sie's noch? Kennen Sie's auch? Kennen Sie's? Hallo? Kennen Sie's? Kennen Sie's? Kennen Sie's? Haben Sie Handy? Hallo? Hallo? Mann, wieso schaffen's halt immer wieder so dumme Gespräche? Ich will nicht mehr. Wie viel Stützen brauchen wir denn, Digga? Ja, schon einige. Also links, rechts, oben, unten. Also war ein Witz oben, unten. Aber du weißt, links, rechts schon... Also vier Stück an den Ecken. Alter, du machst ja voll das Stützgebiet. Ja, ich bin da. Ich bin ein ganz großer Unterstützer von dieser Sache. Halt's Maul. Junge, wenn du jetzt mein Gesicht hast... Oh, Kollege, das sagst du nicht noch einmal. Halt's Maul. Sonst schneide ich dir... So, Kinder, wir sind auf jeden Fall soweit durch. Und ich würde sagen, wir können direkt anfangen. Also, Spiel funktioniert folgenderweise. Man muss quasi ein kleines Graffiti hier hinsprühen, wo man letztendlich stehen bleibt. Und dann kann man sich auf freien Felden bewegen. Und wenn man mit einer Granate getroffen wird, gibt es einen Punkt für den Gegner. Ist richtig, oder, Tobi? Ist richtig, oder, Tobi? Gut, wer fängt an? Du, ich... Also, ich hab jetzt mein Ding markiert hier. Ich hab so Hunger, wir müssen jetzt mal schnell... Okay, ich hab meins markiert. Okay, ich fang an. Warte, ich muss nochmal markieren. Das ist, das ist, glaub ich, lustig. Okay, ich hab meins markiert. Ich fang an. Okay, los geht's. Ich muss stehen bleiben jetzt, ne? Ja. Ich steh still, ich steh auf meiner Stelle. Oh, Bruder, nothing, Alter. War die nicht nah? War die nicht nah? Got nothing on me, Bro. Okay, okay, ich verstehe. Ich verstehe. War die nah? Das war ein bisschen Viruslach, Alter. Oh, Bro, warum machst du das? Warum machst du das, Tobi? Warum machst du das? Kann doch nicht sein, dass du... Ah, okay. Oh, war das nah? Diga, ich weiß nicht, wieso. Ja, aber... Nein, ich sag nicht. Was? Was? Du warst so weit weg, Alter. Echt jetzt? Ja, ja. Ah, schade, okay. Hey, war der komplett daneben, Alter. War der komplett daneben und im Kopf, Alter. Doch, doch, doch. Ich weiß genau, dass du da warst. Ich weiß genau, dass du da warst. Ich seh dich. Ja, komm, ja, komm, ja, komm. Trau dich, Diga, trau dich. Oh, wie wack, Alter. Wie wack, Diga. Was für wack? Was für wack? Was für wack? Okay. Ich glaube, das ist sogar cool, dass man das so auf zwei Aufnahmen sehen kann. Also, ich will jetzt keine Werbung machen, aber du weißt, was ich meine. Was war das denn? Da ging ja nicht mal... Da ging ja... Du hast fast eine Stütze kaputt gemacht. Ja, komm, wirf den Scheiß. Wirf den Scheiß. Der war nah, weil du nichts sagst. Doch, du lachst. Du lachst. Der war safe nah. Schon wieder nicht getroffen. Du bist doch schlecht. Dein Feld treff ich die ganze Zeit. Vielleicht. Diga, das kann nicht sein. Nein. Nein. Yes, Diga. Yes, Alter. Oh, 1 zu 0 für mich, Bruder. Die Nelz kam in mein Gesicht. Die Nelz kam in mein Gesicht. Dikaschen. Oh, nein. Ich würde sagen, Reset 1 zu 0 für mich, Leute, an der Stelle. Oh, nice, Tobi. Nice, nice, nice. Ich schau mir dann mal dein Feld an. Man muss ja eh neue Graffiti setzen dann. Alter. Du warst so oft nah an mir dran. Digger, du warst aber auch richtig. Guck mal, du hast eigentlich einmal drumherum bei mir alles gepiercet. Echt, jetzt? Ja, quasi schon. Boah, Digger, ich hab aber schon sehr punktuell immer geworfen, ne? Ja, du hast übelst gut getroffen. Vor allem der Letzte, der ist auf mich drauf, ne? Die Nate ist auf mich drauf. Alter, Schwede. Okay, nice, nice, nice. Ich hab bei dir den Stahl gemacht. Du kannst mal deine Pyramiden machen. Yes, yes, yes. Ja, Leute, ihr seht auf jeden Fall gerade Schiff übersenken. Gar nicht so verkehrt. Macht echt Laune, Alter. Vor allem, wenn man halt nicht weiß, wo der andere steht, ne? Das ist natürlich immer das Ding. Bei so einem weitlassenen Feld... Das ist eigentlich bei Schiffe versenken, ist, glaube ich, sogar das Spiel quasi. Muss man ja eigentlich sagen, so ein bisschen. Aber wir geben uns ja auch Hinweise. Man kann ja nicht sagen, dass wir das nicht tun, ne? Ja, hier ist, glaube ich, ganz gut, Leute. Okay, ich bin auch unterwegs. Willst du anfangen? Ja, ich fang gerne an. You ready? Jo. Drei, zwei, eins und... Eins und go! Go. Das war nicht mal auf mein Feld. Echt nicht? Nee. Damn, okay, du bist dran. Oh, der war, der war knapp. Ich weiß es. Tobi? Ja. Feedback? Kein Feedback. Feedback, mein Freund? Ich gebe kein Feedback. Feedback, Tobi? Feedback von dir erstmal? Ja, war ein schöner Wurf, so kann man nicht anders sagen. Ja, okay, dann gebe ich dir auch keins. Hey, was denn? War doch gut. Alter, wo ging das denn hin? War das auf dem Feld überhaupt drauf? Nee. Tobi, gib mir Feedback. Ja, was denn? Mach mal. Ich habe doch gerade gesagt, der war nicht auf dem Feld. Na, der war in die Mitte von meinem Feld, aber nicht so gut, sag ich mal. Okay. Er war ja wohl komplett daneben, mein Freund. Da ging ja mal gar nichts, Alter. Da ging ja mal gar nichts. Er war ja mal richtig lächerlich, du. Der war auch nicht in meinem Feld? Gar nicht? Nee, nee. Hey, okay. Kommt da was oder nicht, Bruder? Oh, was? Oh, Rassur, Alter, 1 zu 1, Junge. War das ein Punktladen? Ja, so fast, so fast. Ich habe sie fliegen sehen und dachte mir, so, RIP, Alter. Willst du sie sehen, wo ich gestanden bin? Wo? Guck mal, du siehst mich ja hier unten. Ja, komm, Digga. Es ist aber möglich, es ist möglich. Ja, natürlich ist es möglich, aber das ist wirklich der asozialste Punkt überhaupt, Junge. Ja, Mann. Ja, Mann, bist du richtig stolz drauf, ne? Ja, Mann, ich spiele asozial. Asozial, ja. Aber wir haben keine Nades mehr. Ja, wir müssen Nades suchen, war? Lass mal Nades suchen, beide. 1 zu 1, Alter. Kleiner Penner. Not bad, not bad, Digga, not bad. Auf jeden Fall ein geiler Spielmodus, Leute. Macht auf jeden Fall echt Spaß und es ist sehr, sehr einfach wieder nachzubauen. Also könnt ihr euch auch mal gerne selber reingönnen. Digga, wir können das ja auch mal mit diesen Stinkegranaten machen. Nee. Warum nicht? Das war ein Spaß. Nee, aber die sind halt seltener. Ich weiß nicht, können wir auch gerne machen. Aber die, ja gut, die haben halt großflächigen Schaden, das ist halt einfacher, ne? Ja, richtig. Machst du eigentlich systematisch bei dir oder machst du... Nee, schon systematisch. Ich stecke halt schon so ein bisschen ab. Ich gucke halt schon, wo du drauf reagierst und wo halt drauf nicht. Aha, und wenn ich gar nicht reagiere, dann... Ja, dann hast du halt wieder Unfälle gespielt, so wie Herr Lloyd immer spielst, ne? Weil du bist ja Tobi und man kennt dich ja so. Achso, okay. Ja, ich fahr bloß. Warte mal. Hast du gerade einen Oziismus? Ja, ja, ich hab gerade irgendwie einen Blackout. Ich hab gerade echt nicht mehr gewusst... Alter. Kennst du das, wenn wir jetzt so auf einmal so schwindelig sind, wir sind nur noch schwarz... Tobi? Ich war... Hier liegen drei stinkende. Ich hab doch jetzt drei stinkende. Ja, hier liegt doch. Ich hab doch drei. Ja, ich hab auch drei. Ja, ich hab dann sechs. Ja, dann, warte, dann gib mir, dann gib mir eine noch davon. Gib mir einen davon. Ich werfe einfach. Gib mir eine, gib mir eine. Ja, eben, jetzt kriegst du eine noch. Penner, Alter. Hey, hallo, hallo. Was? Gib mir doch jetzt meine. Hier. So, danke. Wie viel hast du jetzt? Hey, warte mal, du hast jetzt fünf. Wie viel hast du? Hier, äh, drei. Du musst mir noch eine geben. Oh, danke. Jetzt musst du dich noch mal teilen. Digga, kann man sich nicht irgendwie einstellen so? Ja, kannst du mit diesem Rädchen. Scheiße, ich hab... Mann. Weil es fehlt wieder. Jetzt da. Schuss, Startschuss. Gib. Du hast doch jetzt fünf. Ich hab drei. Wie viel hast du jetzt? Fünf. Gib mir doch eine einfach ab davon. Wie geht es denn, dass du das so aufteilen? Ich weiß nicht. Ja, guck mal, aber mich flamen. Warte, ich drück mal irgendwie ein Knöpfe. Werf hast denn die, Enter? Ich werfe einfach zwei weg. Ja, dann mach doch. Penner, Alter. Du bist ein Penner. So, 14 Anatten hast du, ne? Ja, ne, fünf, fünf. Spaß. Okay. Ich sprühe schon mal mein Ding. Okay, warte, ich spüle meins auch. Warte, ich mach... Warte. Zwei. Warte, eins und go. Die war ja mal voll daneben. War sie gar nicht. Doch. Ne. Was war das denn für ein Wurf, Alter? Ja, ja, ja. Hm, was war das denn für ein Wurf? Die war ja voll daneben. Nee, war die gar nicht, Alter. Die war übelst daneben, Digga. Die war sowas von daneben, Alter. Die war gar nicht daneben. Die war so daneben, Alter. Die war null daneben. Die war nicht mal auf einem Feld. Die war sowas von drauf. Die war nicht auf einem Feld. Was geht, Leute? Herzlich willkommen. Ich bin der Sieger hier von dieser Round. Ja, wenn ihr mehr... Ja, Leute, das war's von diesem wunderschönen Video. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da hab ich auf jeden Fall gut kassiert von Tobi. Wenn ihr noch mal eine Runde Schiffen versenken sehen wollt, lasst auf jeden Fall, wie gesagt, ein Däumchen nach oben da. Und, ähm, ja, schaut unbedingt nicht bei Tobi vorbei. Schaut unbedingt nicht bei Tobi vorbei. Wollt ihr einen zweiten Part davon sehen, dann schreibt doch jetzt einfach ja. Ich will einen zweiten Part. Leute, das war's. Leute, das war's. Vielleicht mit einem anderen Mitspieler. Macht's gut. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert Tobi nicht. Abonniert nur mich und auch Tobi. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.